hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen news video zu meiner krankheit den projekten und dem aktivitätsding vom server also ich muss jetzt momentan halt in eine klinik ich habe diese me cfs erkrankung und die macht jetzt gerade momentan sehr viel mit mir durch also ich muss mich langsam wieder ein bisschen befreien von dieser krankheit sie wird sonst zu schwer ich zeige euch gleich kurz wie die krankheit so ist und dass sie einfach eine der schlimmsten krankheiten auf der welt ist und bis ich mich halt wieder erholt habe mache ich einfach ein bisschen ferien bzw gehen in eine klinik lasse mich therapieren und noch natürlich immer viele ferien oder gemütlichere sachen als let's playen und live streamen aber ich bin jetzt auch gerade noch ein bisschen gestresst und so dass es mir auch besser geht oder dass ich weniger stress habe hallo gärtner kannst du 20 diamanten für mich abbauen kann ich natürlich bin ja ganz guter finder so und ja das projekt und auch die anderen projekte gehen natürlich weiter es gibt auch neue projekte manolords werde ich halt nicht direkt am anfang machen können aber da werde ich dann einfach anfangen wenn ich wieder da bin kommt aber auch erst glaube ich in acht tagen ungefähr ja wie sie und auch andere neue spiele werde ich natürlich gerne letzt plane und live stream und ja pixelmon natürlich weitermachen das ist ja mein bestes projekt momentan mit den meisten aufrufen und motivierendsten leuten genau jo ich werde eben jetzt dieser eine hingegangen habe ich verloren das geflüchtet questgeber aber schauen wir doch das mal an nicht hier beim komposter stinkt da ist ein ja dabei ein rotes bleib jetzt mal hier mal was mit humor gegen das pokémon sehen in disperation können wir vielleicht spawnen aber nicht mehr so viele gut also ich muss hier bildschirm betragung machen damit ich euch das kurz erklären kann das ist diese me bindestrich was slash cfs erkrankung hat diese symptome auftreten und dann der fatig also müdigkeit neurokognitive störungen sensorische störungen schmerzen schlafstörungen infektionsanfälligkeit wiederkehrende grippe essen also symptome essen chemikalien sensibilität gastrointeriale beschwerden das ist wahrscheinlich ab verdauung oder so urogogenitale beschwerden genital beschwerden orthostasische intoleranz epibratorische beschwerden kardiomuskuläre beschwerden kardiofaskulär so klein und so hingeschrieben so gleich fast wie der hintergrund temporal und temperaturintoleranz genau und thermostatische instabilität und hier sieht man wie die verschiedenen also kanada international ist wahrscheinlich europa einfach so wissen und die iom ist vielleicht deutsch oder so etwas und wie viel gemacht wird und das ist relativ gering die beschwerden die diagnose kriterien sind irgendwie viel zu gering zum beispiel 50 prozent reduziert und so sind 17 millionen momentan die krank sind und ich gehöre zu einem der 17 millionen natürlich und ja da wird man einfach mit stress und somit ja verbraucht zu viel kortison und alles mögliche dass man hat einfach so muskelschwäche muskelzockungen wortfindungsstörungen zum beispiel hat gedächtnisstörungen und ja ich habe ja schon ein bisschen erzählt über dieses online-game regnum wo die leute eigentlich auf mich ein bisschen mobbing verübt haben und eigentlich könnte ich mit diesen sachen schon die leute anzeigen und sie mit ganz viel geld strafen beherrhaften aber ich mache es nicht noch nicht natürlich und weil ich ein netter mensch bin und so sachen auch aushalte schlafstörungen sind momentan gerade die schlimmsten kopfschmerzen sind schlimm und chronische fettig ist schlimm und die anderen also zum beispiel hier post eventuelle maleriese typische verschlechterung der synthetik nach körperlicher und geistiger aktivität ist halt jetzt gerade momentan schwierig oder dass wenn ich jetzt leiste wie man jetzt playe schlafe schlafe ist ja nicht unbedingt aber irgendwelche sport mache oder arbeiten mache dann ja brain fog vor allem kopfschmerzen herz rasen schwindel schwindel ist das schlimmste was ich habe und pleine erschöpfung das ist auch das schlimmste also eines der schlimmsten leichtes fieber habe ich nie geschwollene lymphknoten habe ich manchmal wenn es diese ist oder ja ist schon also lymphknoten muss ich jetzt wirklich wissen was das genau doch ist ist das im hals wenn es im hals ist oder ist es im gehirn sind lymphknoten meine güte wo sind die überall ja im hals genau also im hals habe ich sie hier auch also vor allem im trizeps hinten habe ich sie auch da unten habe ich auch manchmal okay so verdicken also so gefühle oder so dicke gefühle und genau und das sieht man hierbei beim video zeigt ich mal ja zum beispiel hier die kann zum beispiel nicht so gut helligkeit ertragen ist immer müde und das ist jetzt ja schlimmer als ich es habe aber ich habe jetzt auch so das gefühl ich müsste nur noch im bett liegen und die müde die helligkeit erschöpft mich die temperaturen erschöpfen mich sehr ich bin jetzt gerade auch im sitz am liegen fast deshalb kann ich ja nicht so gut lesen oder so weit weg jo genau david hat auch wieder sehr viel so sachen gemacht oder so wie sagt man diese demonstrationen und ja ich würde einfach gerne helfen weil ich ja auch selbst betroffen bin nur jetzt nicht an den demonstrationen teilnehmen sondern eher in der regierung etwas sagen könnte ich in basel machen natürlich gerne unsere sachen einfach dass ich aufmerksamkeit für die krankheit geben kann und vielleicht auch die menschen dann endlich mal ein bisschen mehr spenden und mehr forschen genau so haben wir dann gefunden bestgeber ja ich hoffe ihr habt ein bisschen verständnis dass ich jetzt momentan pause machen muss und freue mich natürlich wieder riesig wenn ich wieder weitermachen kann okay die party wurde gehört habe ich auch hier nicht lesen können genau der nachbarn macht wieder ein bisschen lähm aber das macht nichts ja und anmelbeere so genau wir sehen uns gell also auch wenn ihr mich natürlich sehr sehr mögt und gerne sucht möchtet dann jetzt einfach nichts dafür dafür bin ich dann wieder lange da und ja es ist ja natürlich für die gesundheit auch wichtig immer schön gesund bleiben nicht aufgeben im leben immer positiv sein positiv bleiben heißt das auf deutsch und genau genau sieht geil aus jo wir sehen uns wir freuen uns wieder mehr wir freuen uns jetzt schon auf das nächste ja das will ich unbedingt fangen ja wie viele quests kommen noch okay wir müssen ja eigentlich schon das pokémon sehen vielleicht müssen wir auch gegen das kämpfen oder so jetzt so ein erz ist easy für den koch du hast noch eine quest hä okay okay die quest zweimal bekommen irgendwie oder nicht angenommen so hier haben wir noch ein biome irgendwo wo ich den noch entdecken möchte aber ich will jetzt das nicht in diesem video machen ich will das in einem eigenen part machen vom projekt ähm ich weiß jetzt nicht genau wo wir sind ähm ich weiß jetzt nicht genau wo wir sind da oben gut da dieses sp laub möchte ich gerne die bäume holen und hier oben ist gika laub da können wir noch kurz hingehen interessiert mich mal was das für ein also wie es aussieht ausserhalb von der map ähm genau jo und das video wäre eigentlich jetzt vorbei eben ich mache immer gerne mehr als ihr denkt ich bin ein fleissiger mensch aber ich brauche jetzt einfach mal eine pause und muss halt heute abend denke ich mal in die klinik gehen ist eine tolle klinik wow geil die kamera ist leider ein bisschen zu wenig ne jo hey das ist so ein geiler bio mod wirklich wunderbar ah ok ich dachte pokémon loot aber sind mondblumen ja also hier mache ich dann die den part weiter den nächsten und ah da habe ich pokémon loot steinrauch ok dann gehen wir nochmals kurz zurück und geben die quest ab wenn es überhaupt geht ich glaube sie geht nicht das ist irgendwie eine ach komm ich muss nicht zweimal irgendwie ein fenster aufmauen zwei fenster aufmauen Arbeitsplatzfenster also ja dort wo die arbeits äh also die dinge sind die festplatten aua also irgendwie gehen die quests nicht richtig seit dem nächsten version schade du bist das eichhörnchen das backenhörnchen jo also ich halte euch nicht auf gell ich werde dann wieder viel mehr live streamen das kann ich dann auch kompensieren und ja ich brauche einfach jetzt wieder schönes wetter und so für den sport ok ich habe die quest glaube ich zum abgeben dann machen wir die quest noch kurz und dann jo machen wir mal ferien hier auch ein bisschen von mir gell aber ich bin dann bald wieder aktiv und kann euch wieder motivieren und wieder gute taten gute worte sagen für eure motivation ist wichtig dass es euch auch gut geht auch wenn es euch schlecht geht hey das ist die das ist der wegpunkt das ist gar nicht die quest stimmt ja sieht halt auch ein bisschen anders aus wie das journey map aufgebaut ist oder noch aufgebaut gewesen ist als jetzt in der neuesten version ja ist egal gut danke für schön fürs zusehen und bis zum nächsten mal nach einiger zeit ich denke es geht nicht so lange aber mein körper muss es der körper muss sich halt wieder verbessern sozusagen jo enigma bäre brauchen wir glaube ich auch noch also bis dann einmal auf discord kann ich aktiv sein whatsapp gruppe auch einfach mal nach trago base schauen und jo könnt mir gerne ein bisschen anschreiben tut mir gut auf dem youtube kanal eigentlich auch einfach in einem video schreiben jo und ich mit mir muss es einfach noch besser gehen gell wieder ein bisschen besser gehen also hoffentlich euch auch und auch wenn es euch schon gut geht noch ein bisschen besser geht immer ja trocken ja ja dusselgurs tschüss zusammen schönen tag viel spaß noch und bis wir uns wiedersehen oder hören tschüss bis 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 Vielen Dank.